Wird man auch vorsichtiger? Früher war mir das alles egal. Ich bin zum Beispiel reinmarschiert und habe mir einfach gedacht, ich habe nichts zu verlieren. Und je mehr man hat, umso mehr hast du natürlich auch zu verlieren. Das heißt, du wirst nachdenklicher. Du wirst nicht mehr so, also ich weiß nicht mehr, ob man noch mal so viel Risiko eingehen würde wie früher. Wahrscheinlich nicht mehr, also körperlich nicht mehr. Ja, wird körperlich diesen Risiken, die ich früher eingegangen bin, nicht mehr eingehen, weil ich das Ganze so mehr abwäge und denke, okay, was macht denn wirklich Sinn? Natürlich andere Risiken wie jetzt finanziell und so, da schon, da würde ich sagen, okay, da habe ich schon ein dickeres Feld bekommen. Weil du kriegst ja auch eine ganz andere Sicherheit. Also je mehr du wächst, je mehr du mit Leuten, anderen Leuten zu tun hast, du siehst, dass alles möglich ist, umso mehr hast du auch Auftrieb und dein Fell wird natürlich dicker in der Hinsicht.